Hallo! Lass uns etwas Neues lernen! Lernen! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Kreis Herz Zweieck Quadrat R Z Z Z Z Kreis Affe Blume Klaun Wache Elefant Flugzeug Gitarre Haus Insel Juwel Katze Lampe Musik Nest Pferd Qualle Radio Schaft Telefon Uhr Violine Wolf Schylophon Hüppi Zug Wortschatzunterricht Affe Blume Klau Wache Elefant Flug Gitarre A Steht für Affe B Steht für C Elefant F G A F F E Affe G I I T A R R E Gitarre Kreis Hals Dreieck Q U K K M E I S Kreis H E R Z Hals D M E I E C K Dreieck Q U A D R A T Quadrat Musikunterricht Kannst du das Geräusch von einem Affen machen? Ich liebe diesen Klang! Das ist lecker! R R R R R Kannst du das Geräusch von einem Elefanten machen? R 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 Möchtest du die Violine spielen? Ich liebe diesen Klang. Ich liebe diesen Klang. Kannst du das Geräusch von einem Yeti machen? Ich liebe diesen Klang. Ich liebe diesen Klang. Musik 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 Musik